Aus jedem Block, den man heute abbaut, wird ein zufälliges Monster spawnen. Das heißt, rein theoretisch, es können auch Endbosse spawnen. Und damit das Ganze noch extremer wird, spawnt immer eine neue, zufällige Kreatur aus jedem Block. Glücklicherweise spielen wir das Ganze heute mit vielen anderen Leuten. Und in was für eine Richtung diese Challenge dann heute gehen wird, das könnt ihr euch sicherlich denken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, welches Monster heute unsere größte Herausforderung wird. Lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert auch diesen Kanal, damit wir bald die eine Million Abonnenten knacken können. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Jungs, habt ihr denn Bock auf eine coole Chaos Challenge? Das sind drei Cs. Cool. Chaotisch. Also, warte mal, ne. Ich hab mir heute mal was gedacht. Und zwar, wir haben es ja oft, dass wir Challenges spielen, bei denen es häufiger so ist, dass wir sehr gut aufpassen müssen, dass wir nicht sterben. Ich würde es heute so machen, dass wir uns vielleicht heute noch mehr als Team verbünden müssen, indem wir den geteilten Damage mal wieder anmachen. Das bedeutet, dass wir jeden Schaden von jedem Spieler gleichzeitig erleiden. Das heißt, Stegi bekommt Schaden, wir bekommen alle Schaden. Cars Crafter bekommt Schaden, wir bekommen alle Schaden. Wir haben trotzdem aber nur zehn Herzen. Das ist zusätzlich aktiviert, um es nur mal ganz kurz auch nur mal erwähnt zu haben, dass wir vielleicht noch ein bisschen aufpassen müssten. Ja, also nur mal so in den Raum geworfen. Ich hab diese Challenge schon mal gespielt und zwar hab ich die tatsächlich auch schon... Ja, hab ich sie geschafft? Ja, ich hab sie auch schon geschafft, aber es war noch die softe Variante. Wir spielen heute die Hardcore-Variante davon. Und zwar, jedes Mal, wenn wir einen Block abbauen, passiert was. Ja. War nix ab, auch nicht. Ich hoffe nicht. Ihr seid keine OP, ihr seid Loser. Und scharf. Bring euch jetzt alle um. Blaze uns fliegen zu! Wir dürfen keinen Schaden nehmen. Passt auf, passt auf, passt auf. Wer macht den Start? Was macht die? Was? Ich hab... Ja, was habe ich gemacht? Was habe ich... Ich bin noch am Leben. Guckt ihr mal zu, wie ihr das noch hinbekommt. Es geht los! Ihr dürft ja aber auch nicht vergessen, es gibt ja auch genügend Möglichkeiten, an Items ranzukommen, ohne dabei Blöcke abzubauen. Jetzt zum Beispiel in einem Schiffrack oder zum Beispiel über... In einem Dungeon. Oder in einem Dorf, in einer Pyramide. Und wenn wir eben Blöcke abbauen, dann wirklich nur die nötigsten, die man eben so braucht, wirklich nur in sehr, sehr besonderen Situationen. Das heißt, gar kein unnötiges Risiko eingehen. Und wenn man am besten einen Block abbaut, am besten schon mal vorher Bescheid sagen. Man muss den Mob aufhalten, um den Block zu bekommen, oder? Ganz genau. Ach, muss man? Echt jetzt? Du musst das Monster töten, um den Block zu bekommen. Ich will eigentlich... Es sagt niemand was zum Schalker, ja? Der ist einfach hier und der... Oh, der ist nicht an Spawn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jungs, ganz kurz, Besprechung. Wir sind doch ein Team. Wir sind fünf starke Minecraft-Spieler. Egal, was da jetzt spawnt aus dem Holz. Wir werden uns doch gemeinsam... Getötet. Getötet bekommen. Okay, einer baut ab, alle anderen hauen drauf. Was ist gespawnt? Ein Fisch. Kannst du mir Sticks geben? Ich könnte eine Waffe machen. Ja, ich mach das. Wenn du den Block verteidigst, als wäre es dein erstgeborenes... Alkohol! Oh! Junge, wir da zusammen so richtig wirklich zu dreht auf das Chicken gehen. So als ob... Ja, wir helfen uns immer gegenseitig. Warte, kriege ich Axt, bitte? Eine Spitzhacke oder Axt? Axt, lieber. Okay. Echt wegen Kämpfen. Wir müssen jetzt erstmal Holz sein. Ich hätte noch eine Axt für jemanden. Ja, genau. Würde ich nehmen, würde ich nehmen. Okay, also dreimal eine Eisenachse. Also da kann uns ja an sich nichts passieren. Wir bauen diesen Block ab hier oben. Ja, okay, come on. Okay, mach dich. Alle ready, kommt. Nee, nee, warte, du. Okay. Oh mein Gott. Okay. Entspannt. Ich wundere mich, dass das Ding noch nicht gezündet wurde. Okay, ich brauche ihn. Wir nehmen den oberen Block, genau. Und dann direkt schritten. Ja. Oh nein, nein, nein. Hört auf. Oh nein. Oh Mann. Aber musste man machen. Hier, ich gebe Holz ab. Oh Gott. Egal, was rauskommt. Egal, was rauskommt. Es wird einfach sofort... Mal gucken. Ey, ich sag mal so. Wir machen das so lange bis... Junge, wir fahren jetzt so... Oh. Könnt ihr auch... Knopf, Knopf, Knopf? Ja. Ja. Ey, wir müssen ein bisschen langsamer machen. Wir haben echt... Ich habe wenig Leben gerade noch. Junge. Nicht so viel. Was habt ihr an Stegis Aussage nicht verstanden? Ja, das müssen wir langsamer machen. Okay, wir spawnen zwei Monster. Wir haben da oben... Ähm. Wer ist das? Oh, keine Leaves erbauen. Dann kriegt Kars jetzt auch eine Waffe gleich. Boah, das wäre sehr. Dann lass uns sagen, wir machen zwei Boote und einer schwimmt. Und dann fahren wir mal über die See und gucken, was geht. Wir gucken, suchen ein paar Schiffe. Suchen ein bisschen Essen. Einen Schatz, würde ich sagen, suchen wir. Hätte ich Bock drauf. Ja, ja. Ich hätte ein Boot auf jeden Fall. Wir haben keine Eisenspitzhage, ne? Also haben wir wenig Ressourcen. Ja, wir haben viele. Okay, aber es ist ja gut. Wir haben noch zwei Eisen. Wir haben noch zwei Logs. Junge, Stegi ist voll der Leader, ne? Was er hier für Kars gibt. Ja, es tut so weh. Wir haben ein Dorf. Was sind wir in welcher Richtung? Wir sind Richtung Osten gefahren. Hey. Habt ihr Essen schon alles geklaut? Du weißt schon, dass das halt ein bisschen gefährlich ist. Wir sollten alle einfach einmal schlafen gehen. Und dann am nächsten Tag werden wir dann einfach mal gemeinsam alle Weizenblöcke abfarmen. Und einfach alles töten, was daraus kommt. So wie wir es jetzt die ganze Zeit auch mit dem Holzfeuer gemacht haben. Weil es gibt doch Mobs, gegen die können wir nicht kämpfen, denke ich. Doch, als Team können wir jedes Monster besiegen. Ich glaube, dass du viel Animiert oder so geschaut hast. Braumeister. Guten Morgen. Einmal bitte alle treffen in Richtung Nordwesten. In der nördlichen Grenze des Dorfes werden wir uns darum kümmern. Lass uns beim Eisengolm in der Nähe machen. Dann kann er uns helfen. Oh, das ist doch nicht ein guter Call. Aber ist da... Ja, dann lass da die Weizenblöcke beim Eisengolm. Wir machen das so lange, bis jeder genug Essen hat für die Challenge. Ja, wir versuchen echt alle abzubauen, würde ich sagen. Oh, geiler Trick, geiler Trick. Also, noch mal den Block ab. Seid ihr bereit? Wir sind am besten auch drauf. Das ist gut, glaube ich. Ich mach nach vorne für dick, was rauskommt. Drei, zwei, drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Oh, Attacke. Aber die Gole sind ja nicht. Aber die Gole sind ja nicht. Yo. Der One-Up ist übrigens, wenn wir uns nur noch rangehen. Oh mein Gott, was? Oh, easy. Jungs, wir werden alle satt am Ende. Es wird für jeden was geben. Hat er den getrofft gerade schon? Ja, ja. Aber trotzdem. Weil er Angst hatte, weil er Damage-Vergau hat? Nee, nee. Bei Riteen ist das so. Hier, du kannst ihn haben. Ja, hier, lass mich dann einfach leben. Wir bauen den hintersten Block hier ab, okay? Oh, ich hab eine Idee. Guck mal. Was kann man alles in ein Boot trappen? Na, probier mal. Mal sehen, ob es klappt. Und? Ist er drin? Ja, ja, ja. Okay, ich bau den nächsten ab. Ihr müsst aufpassen, okay? Ihn hier baue ich ab. Oh, jetzt ist ein bisschen knifflig. Ich mach den, ich mach den hinten hier noch. Oh, das ist das Klett. Ja, das kriegt ihr schon hin. Und den letzten, Achtung. Oh, sie muss den ruhig mehr. Ja, ja. Auf einmal, ich bin der in den Kurs. Die Kuh hat kein Block mehr in sich, oder? Oh, die muss man da weg. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl, ne? Wetter kommt nicht zurück. Ja, so geht zur Seite. Oh mein. Bro! Ich mach mal wieder meine Schuld. Ich hab's noch passt. Mann, ich hab's noch passt. Leben wir noch? Ja, ja, wir leben noch, Walle. Wir leben noch. Ja, es geht weiter. Also, wollen wir nicht? Der hier. Ich denke, hier kommst du zu uns. Wir probieren's. Ich komm, ich komm. Für jeden eine Axt. Für jeden eine Holzachst. Ich glaub nicht. Erst eine Holzachst. Und dann reißen wir weiter erst mal. Leute, ihr müsst mir helfen dann. Mach schon mal ein Crouting-Table. Hier, Jungs. Sehr gut. Weiter, mach, der mach. Veto. Ich mach, ich mach. Alle Critten. Auf, da. Ja, schnell, Critten. Sehr gut. Zwei Holz. Ein Schwert schon mal machen. Oder ja, dann das noch warten, bis auf Axt. Jungs, ready? Critten. Okay. Au. Oh, mein Gott. Okay. Wer von euch möchte die zweite Axt? Ja, ich bin noch ein bisschen weg. Ich hab 50 Sekunden Häusen. Ihr macht das da, ne? Wir werden das Ding hier oben abbauen. Fert ihr bereit? Ja. Drei, zwei, drei, zwei, eins. Sauber. Haben wir noch Sticks? Nee. Ich bin so dumm. Nichts machen. Sorry, sorry, sorry. Ich hab nichts nachgesagt. Walle. Lass den Gassen schweigen, weil wir laufen weiter. Ah, dann ist der Crouch-Table weg. Jetzt hab ich mich völlig verstanden, Freunde. Man darf nichts abbauen. Ich habe eine Biere, kein... Weg, 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 weg. Ich bin stuck. Können wir nicht killen? Na doch, klar, klar. Kill dich doch. Nein, kannst du nicht. Nein, nein. Das ist wirklich sehr stark. Okay. Jungs, wollt ihr mit der Holzhacks ohne Essen grad mal einen Elder Garni töten? Ja. Okay, dann lass uns das doch gerne mal probieren. Er hat Thorns, by the way, falls es nicht wusste. Ja, ich hör noch mehr. Ja, er hat Thorns. Lauf, 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 sieg ich, die. Let's go. Basti, der geht mit Holzhacks ohne Essen gegen Elder Guardian. Jungs, gar kein Problem, he? Ich glaub, rational gesehen, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Holz, oder? Wollen wir ein bisschen traveln? Ja, mein Equipment sieht auf jeden Fall vollkommen... Ich hab einen Schwamm, eine kaputte Holzhacks, elf Sweetberries und vier Planks. Ich fühl mich ready, um weiterzumachen. Let's go. Dann lass uns gemeinsam in eine Richtung gehen und ich würde sagen, wir gehen in Richtung Westen. Wollen wir hier ganz kurz an der Felswand mal mit einer Holzspitzhacke versuchen, mal die Upgrades auf Stein zu bekommen. Das wäre eine gute Idee. Nee, wobei, wir kriegen keinen Stein, weil wir Klingstone bekommen. Das heißt, wir kommen an keine Steinsachen. Wir können aber trotzdem kurz hier mal Holz abbauen. Nochmal einmal. Warte auf uns. Weiter, Jungs. Komm, es läuft gut. Oh, pass auf, der macht... Oh, mein... Ähm, Jungs, ich habe Bad oben. Kein Dorf für dich. Achtung, ich baue oben mit ab. Ja. Ja, ja, ja. Und ihr kringt sofort, wenn der runterfällt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist ohne mich tot. Achtung, kringt. Oh, der war in dir einfach. Das klappt richtig gut, weil wir als Team gut funktionieren. Ich würde auch noch ganz gerne den Crafting Carry mitnehmen. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Stein kriegen wir nicht, Leute. Wir kriegen Greenstone. Außer, wir bauen im Nether im Stone ab. Oder in einem Dorf zum Beispiel, in den Cobblestone. Oder wir könnten einen Cobblestone machen, ja. Ja, erstmal Eisen für Lava. Äh, musst du nicht zwangsweise. Also, ich höre hier Lava und hier ist auch Wasser. Wir können es eigentlich echt drüberfließen lassen, ne? For real? Ja, ja, ich habe hier gerade Lava gehört. Wie im Boden, glaube ich. Oh, nein, Gott. Ich kann ja nichts abbauen. Ja, Walle. Super. Wollen wir da eventuell hingehen? Oh, mein Gott. Stimmt, der war Lava. Walle, war das jetzt eine Trap, oder? Oh. Nein, nein. Oh, Jungs. Ey, Jungs, ich kann da jetzt nicht rein, ne? Das ist schade. Ey, ich gehe für dich rein. Mach dir keinen Schlaf. Kannst du mir die Sachen aus der Blacksmith bringen, bitte? Die Schmiede, meinst du? Ja, aus der Schmiede. Sorry, mein Fehler. Da kannst du nicht rein. Jungs, ich kann mein eigenes... Boah. Oh, doppelfuck. Hallo. Bist du noch? Hast du nur einen gehabt? Nur einen hatte ich. Wir könnten doch den Eisengolben töten. Und dann könnt ihr mir einen Eimer mit Milch bringen. Jungs, kriegt ihr das hin unter mich, oder? Ja, deswegen wir hin. Bro. Oh mein Gott. Ihr müsst jetzt angreifen, ne? Ah ja, stimmt. Der greift uns jetzt nicht an. Oh, wir haben ihn. Wir brauchen einen Workbench. Hast du ja so einen Kühl gefunden? Nee, gerade nicht hier. Wenn haben sie ja alle auch getötet. Das ist natürlich ärgerlich. Du kannst mir auch einfach den Eimer geben, dann könnt ihr euch schon mal um den Cobblestone kümmern. Oh, das ist smart. Kommen wir alle zur Spiele, dann kann ich das Cobblestone abholen. Ich habe auch keine Waffe mehr. Oh, das stimmt. Ich habe auch keine Waffe mehr. Ich meine, wenn ihr noch Holz geht. Also, was ist der Plan? Weiter Koppelfarm, oder? Ja, genau. Ich würde sagen, für jeden Spieler jetzt Steinspitzhacke, Steinaxt mindestens. Dann lass uns hier diesen Koppel abbauen. Ja, bei den Häusern jetzt immer die unteren Reihen. Ich habe keine Waffe. Ihr müsst das... Okay. Stark. Wenn jemand drei Steine hat, ich nehme gerne eine Axt. Ich mache auch eine Axt. Okay, dann weitermachen. Schön, Jungs. Weiter. Immer mehr Steine. Steinproduktion. Alle zurück. Wir können die nicht raus. Ey, Blaze ist so wichtig, ne, Jungs. Ja, und eins weiter noch. Wollen wir erst mal den hier oben machen, dass wir den Blaze-Dingkacken? Warte, warte, warte. Lass mal. Oh, der Minecraft. Alter. Ciao. Veto ist auf, Junge. Veto komplett disconnect. Die Frage ist, wofür fahren wir noch Steinen jetzt? Wir haben doch alles, oder? Das stimmt allerdings. Eigentlich wäre der nächste Plan... Ich würde aber steinreich sein. Pfeil und Bogen ist die Frage. Brauchen wir das bei fünf Leuten? Ich denke mal, wenn wir in den Nether gehen, dann sollten wir das eigentlich hinbekommen, oder? Ich meine, wir haben jetzt einen Eimer. Wir könnten... Schild wäre halt richtig krass. Schild wäre insane. Das heißt, einfach noch auf einen Golem hoffen. Wollen wir gerne für Eisengolem? Wollt ihr das probieren? Dann würde ich in der Zwischenzeit... Ich würde nochmal ein paar Tiere abfarmen. Okay, dann lass weiter Steinenfarmen. Für meinen Farmen und für Golems hoffen. Also ich hätte auch eine Schlucht, falls wir Eisen farmen wollen, ne? Ginge auch. Wir brauchen halt vier, beziehungsweise fünf, wenn wir nachdem ob wir da noch wiederkommen. Ja, wir werden da wohl fünf Eisen hinbekommen. Wir machen einen MG für uns. Ich mache einen MG für euch und lass ihn sogar stehen. Bum. Oh. Alright. Kriegen wir das zu dritt hin? Muss... Müssen wir... Ich brauche mir fünf, ne? Ja. Oh mein Gott. Geh mal weg, geh mal weg. Ich war so kurz davor. Ich kann es zünden. Ich kann es zünden. Ich habe Snowball auch. Ich habe Snowball auch. Okay, dann mach du. Ich wundere. Ready? Ja. Zwei. Jetzt habe ich jetzt nicht so eine ganze Schalke. Stark. Ja, dann mach ich noch ein. Oh, ich bin süchtig. Oh, genau jetzt. Das ist ein bisschen mehr Eisen. Das schafft ihr. Hat er gedroppt? Drei. Ich würde sagen, ich... Wollen wir noch eine Spitzhacke uns zusammenholen? Ja, komm, Jungs, noch ein. Das ist ein Eisenohrwein. Noch ein, komm. Ich will ihn gar nicht töten eigentlich. Ach, na dann. Na, tot. Gut, lass nach oben. Ich habe auch noch ein Ohr. Ich habe auch ein Ohr und dann mal Wasseraufzug. Junge, Jungs, ich kann uns... Heiko, du kannst doch nicht... Oh mein... Ich bin tot. Ja, chill, chill, chill. Wir kriegen das gemeinsam hin. Jungs. Jungs! Gemeinsam. Wasti, du schaffst das. Komm, ich komm. Erzlohn ist, Erzlohn ist. Oh mein Gott. Okay, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Er macht nichts. Ey, wirklich, vor allem wie ihr dann einfach alle weg seid. Veto kommt nicht mehr wieder, ne? Veto hat mir auch nicht geschrieben oder so. Okay, Jungs, was ist der Stand der Dinge? What? Wir haben alle ein Schild. Das ist der Stand. Und ein Schalker. Und so viel Essen. Was ist jetzt der Plan, Freunde, mit den Schildern? Ich bin da, meine Freunde. Ich würde sagen, es geht jetzt in den Nether. Suchen wir uns jetzt einen Lavasee und spielen jetzt richtig spektakulär Minecraft durch? Ähm, ja. Können wir machen. Die Frage ist jetzt echt nur, ob Veto es noch schafft. Dann lass uns noch weiter equippen. Also ich würde es halt zum Beispiel cool finden, noch mehr Eisen zu farmen. Gott. Du hast mir mal jetzt gerade sehr vertraut, ne? Ich hab dir sehr vertraut. Aber ich wusste ja auch, also. Alright, Jungs. Das ist mir nicht. Verweck, weck, weck. Ich hab keine Axt, by the way, ne? Ich auch nicht. Ich fett mir gerade auf. Oh, Jungs, ich hab ein Herz oder so. Was? Wie geht's im Film? Oh, ich hab ein Herz. Jungs, wirklich. Jungs, wollen wir wieder... Oh, ah. Block, 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 durch! Digga, warte mal, seit wann loggen wir uns aus, wenn wir sterben, Wanne? Was kommt denn so an? Wie schnell hast du dich ausgelockt? Ganz neue Scheme auf einmal. Oh, Michael ist einfach gecrushed gerade. Bitt er da? Achtung, der ist gefährlich. Oh, sehr gefährlich. Der war so stark gerade. Ja, hab ein Eisen. Wirf das schon mal runter. Wächst. Okay. Krieg ich jetzt noch eine Eisenachse? Ähm, ist nicht auf... Also gerade nicht in Produktion. Ich hab zwei Ohren noch. Was bauen wir alles ab, Leute? Ich baue den Ofen ab. Ich trau mich nicht. Das wäre eine dumme Entscheidung gewesen. Ich glaub, das gibt... Ich baue den Crouching Table ab. Das ist mein Bruder. Alright, Jungs. Schalker. Schalker. Da drüben ist die. In welche Richtung? Ah, da. Sehe ich. Ah. Ich will den Golem noch killen, oder? Brauchen wir den noch? Äh, kann weg. Ich hab noch eine Eisenhandlung. Wie könnt ihr eigentlich... Was seid ihr für Minecrafter und geht alle an der Blacksmith vorbei? Weil ich wollte dich reingelassen. Ich dachte, das wäre das doch wirklich für dich. Also wollte ich mich wirklich... Ich hab ganz genau gesehen, auch wie Heiko so richtig dran vorbeigelaufen ist. Oh mein Gott. Oh nein. Okay, alle zusammen drauf. Kommt alle zusammen drauf auf den. Auf wen oder was? Von denen? Ja, auf wen wohl? Alright, Jungs. Ich würde sagen, Lavasee wird jetzt sehr, sehr wichtig. Ich bin jetzt beim Mesa-Bio. Wo seid ihr eigentlich? Richtung Süden. Bist du auf dem Pferd? Ja, ja. Aber... Wenn du jetzt noch einmal dich von der Gruppe so krass distanzierst, Lavasee. Hier gucken, ob dein Lavas ist. Hast du einen? Ja. Ohne Pferd. Krass. Sorry. Was machst du jetzt ein schönes Portal fürs Video, okay? Komm. Zwei, drei Sekunden und fertig. Zufrieden? Ich schlecht. Danke dir. Nether nach einer Stunde. Was sagt ihr zur Bilanz? Wollt durchschnittlich gut, würde ich sagen. Wir haben kaum Blöcke. Ich fühle mich überhaupt nicht confident und überhaupt nicht sicher. Auf in den Nether. Let's go. Was soll passieren? Boah, stellt euch vor, wir werden eingefallen. Oh mein. Ähm. Blocken, blocken. Weg, weg, weg. Es ist, es ist, es ist. Weg. Wir gehen in Richtung Osten, Südosten. Ja, ja, ja. Habt ihr noch Essen? Ich hab gewonnen. Auf euch. Bist du noch? Oh. Mein Gott. Ja, ne Schildkröze. Ähm. Sorry, dass du jetzt hier mit reingezogen wirst, Schildkröte. Das wollten wir wirklich nicht. Goldblock abbauen in der Bastion eigentlich auch. Unmöglich ist eigentlich. Wir gehen nochmal dahin. Ich hab ne Festung, ich hab Festung, ich hab Festung. In die Richtung. In die Blazes. Ja klar, mega. Ganz, ganz easy. Nur allein schon da oben in mir rein zu kommen, es wird richtig geil. Wollen wir hier hoch? Ja. Dann war ich eine kleine Mini-Treppe. Machst du noch keinen Jump'n'Run draus? Brauchst du keinen Jump'n'Run? Ja. Ich muss überlegen, ja. Den müssen wir abbauen, das geht nicht aus. Oh mein Gott. Megagute Idee. Oh no. Alles gefällt? Nee, ist gar nicht gut. Es ist gar nicht gut. Macht der alles hinter mir jetzt kaputt? Jungs, einfach zurück. Der macht gerade ein bisschen kaputt. Verfolgt der mich noch? Nein, nein, nein. Der killt jetzt erstmal alle anderen Monster. Der war eben aggro auf mich aber, ne? Jaja, der lässt sich jetzt in Ruhe. Walle baut nie wieder einen Block ab. Als ob das jetzt so meine Schuld gewesen ist. Du hast zweimal den Rudder geholt. Ich hab echt zusammen den Rudder Gold. Ich hab ein Händchen für Rudder. Junge, noch nie bin ich in eine Festung so gegangen. Hast du noch drei? Ich hab noch, ja. Eins, zwei, drei, vier. Irgendwie viel Stegi noch. Stegi. Oh, ich muss nicht, dass ihr hier hoch seid, okay. Warp Forest, Warp Forest in Richtung Osten. Hä, hab ich vorhin schon gesehen, glaub ich, ja. Okay, sorry. Von mich war es nichts Besonderes, deswegen habe ich es nicht gesagt. Blaze? Ja. Das ist halt nur ein blauer Wald, ne? Alter. Ich wusste, dass der noch mehr in die reinkommt. Alright, wir haben zwei Blaze Rods und wir brauchen mehr. Drei Blaze Rods. Bei den Jungs bin ich auch weg. Vier Blaze Rods, kannst du mit deinen droppen? Ich glaube, hier unten ganz weiter gehen. Ja, ja, reinklang. Bornas, die Achtung? Keines Bornas. Doch, hier. Doch, hä? Hä? Lacht nur alle, lacht bloß. Ich block, dann kann ich schlagen. Na gut, die. Na gut, brauchen wir wirklich. GG. Schnell zurück auf den Spawner zurück. Schnell, 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 schnell. Äh, wird nachreichen Gag. Stegi, Hammer Gag, wirklich toll. Okay, weg, wegen meinem Fatigue. Und? Er kriegt Scharn, er kriegt Scharn. Guck, der Gag war gut. Hier ist noch ein Spawner, wollen wir verzehnen? Ja, danke, Stegi. Ich hab als eine Blazer, was, wie flammen wir denn? Sieben. Das ist noch acht und dann Warp Forest. Dann machen wir jetzt in der... Also, ja, wir haben acht. Wir gehen jetzt in Warp Forest. Jetzt noch mal einer hinter dir. Oh, sehr gut. Dann lassen wir hier zurück. Super, sehr clean. Tag, ich bin angekommen. Hast du ein Boot, Stegi? Nee. Ich hätte ein Boot, aber ihr könnt euch ja eventuell versuchen... Also hier zum Beispiel, hier kann man auch zum Beispiel ganz gut trappen. Wollen wir es zusammen machen trotzdem? Ja, oder? Ja, sonst noch ich mache so lange, so. Da ist einer. Ich gucke ihn an, wenn was. Ich habe ihn angeguckt. Oh mein Gott, was für ein Kombo. Ich hätte eine Perle. Guck hier zu. Guckst du mir echt zu? Nee, nee, Basti gucke ich zu. Zwei Stück. Sehr gut. Oh, ich habe eine Enderperle. Ich habe noch eine Enderperle. Oh, einer mit Jungs hinter uns. Boot, Boot, Basti. Warte, guck weg. Warte, ich guck weg. Warte, ich guck weg. Warte, ich guck weg. Oh mein. Let's go. Warte, weg. Jungs, ich habe einen Apfel. Wollen wir uns den in drei Hälften schneiden? Ich habe noch zwei Schaffleisch. Wir müssen uns jetzt langsam in Richtung brutal begeben und erst mal essen. Also ansonsten. Warte, wie viele Enderperlen haben wir? Sechs. Weil zwei sind ja immer mit Stronghold. Okay, bringt das auch nicht viel. Ach, Enderman. Perle. Weil ich hingucke. Ich gucke hin. Und deswegen kommt die Perle. Siehst du? Okay, wir haben acht Stück. Wir sind auch mal so anstrengend. Wir müssen halt für das Enden, müssen wir Dings holen, ne? Feile. Hier sind drei Endermaner. Mann, ist das dumm. Vier. Und vier, ja. Axel, bei mir Bro, kann mir jemand das Boot geben? Warte, ich habe wieder noch die Endermaner. Ja, haben wir halt jetzt erst mal zehn. Da holen wir noch einer. Zwei Stück noch. Das ist erst mal den. Ja, wo seid ihr? Aber raus ist halt utopisch, ne? Dann können wir das Portal machen. Ja, wobei, da willst du Monster. Wir können das Portal nicht unten anmachen. Ihr habt vier Orbi. Ja, das reicht. Das reicht. Dann lasst du raus, oder? Oh mein Gott. Ja, die Goldblöcke sind verlockend, aber scheiß drauf, oder? Ja, ja, alles scheiße. Das ist raus. Haben wir Feuerzeug? Tja, euer Retter ist zur Stelle. Geil. Alter, wir sind draußen. Wie viel Leben mal vorgehen. Oh, doch, 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 doch. Lass eigentlich so. Oh mein Gott, wie haben wir das aus dem Nether überlebt? Wir können ganz schnell essen. Wollen wir beide so ein Blöcke riskieren, oder lieber nicht? Ich brauche die Essen. Ich habe Essen aus den Kisten. Ich habe Essen aus den Kisten. Ich hole mal ganz kurz hinten das Room Portal. Wir bauen wenigstens ein paar Pfeile. Ja, das können wir dann gleich machen. Guck mal, wenn wir uns jetzt erst mal wieder hoch essen können. So was, ne? Wir können ja dann uns Zeit lassen und eben Holz zum Beispiel fahren. Oder für Sticks, oder was auch immer. Wir wollen halt Flint und Flint kriegen wir halt nicht, weil wenn wir wieder lab bauen, dann glaube ich immer, glaube ich. Wir können ja aus Roten gucken. Ich habe zwei Flint, ich habe zwei Flint. Oh mein Gott, das ist so gut. Oh, what? Geil. Viel Glück, Mann. Ganz ehrlich, wenn mir ein Steckpfeil oder so reicht. Wollen wir uns splitten? Wollen wir zwei Weizenblöcke machen und zwei jetzt einfach Holz, dass wir vorankommen? Ne, ich suche kein richtiges Essen, also Fleisch einfach. Dann macht ihr einfach safe über Fleisch, dann gehe ich mit Walle jetzt Holz fahren. Merci. Wie viel Geld brauchen wir denn? Ja, 16 mindestens. Das bringt nichts noch. Ne, leider nicht. Lassen wir hier am Baum? Golem kommt auch zum Support, ist eigentlich ganz cool. Jawohl. Schaden kann es nicht. Haben wir genug Holz oder brauchen wir noch mehr? Ne, ja, ne, ne. Ich würde, also ich hätte jetzt 48 Pfeile. Es würde reichen, wenn nur ich mit Bogen mache, oder? Ja, ja, safe, safe, safe. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir genug. Ist hier echt irgendwo eine Schmiede oder nicht? Ne, hier war keine, glaube ich. Okay, ich habe die Pfeile. Ich habe jetzt, bräuchte aber nochmal zwei Holz. Dann könnte ich nochmal einen Bogen machen. Ich habe einen Bogen im End von irgendjemandem, von irgendeinem Skelett wahrscheinlich bekommen. Soll ich dir geben? Ja, gib mal ruhig. Aber dann kriegst du das. Alright, Jungs. Erstes Enderauge wird geworfen. Wir sind ready. Es ist 1 Uhr mitten in der Nacht. Und wir sind in diesem Try. Ich weiß nicht, wie wir noch hier drin sein können. Und wir wollen jetzt den Enderdrassen eliminieren. Wir haben nur 10 Enderaugen. Stege bitte nicht wegwerfen. Ich habe es. Ja, weggeworfen. Wale, du darfst. 2, 2, 3, 2, 1. Oh. Boah, ich hätte so geheult, wenn der zu mir kaputt gegangen wäre. Ich hätte ihm wieder sowas anhören können. Ja, so voll richtig Blame. Einfach geweint. Jusher von dem Weg, ich hatte zu weinen. Einfach alle Seiten, die Klappassi tröste ihn. Und spend ihm doch was. Gib die Subs. Ruf ihn an. Mann, Basti, gönn ihm doch jetzt mal Subs. Wale, wein. Ja, lass hier nochmal werfen. Hier. Ich zocke. Ich auf Hoffnung. Ja, Basti. Das ist ja wirklich toll gemacht. Ja, ist mir egal. Hier ist safe gut. Ja, bitte nicht. Meins? Wann ich meins? Also hier würde ich sagen. Wir fangen nochmal. Nein, nein, nein. Sicher, wir müssen es runterbauen. Es wird zu 100% hier sein. Safe hier, ja? Okay, okay, okay. Dann sag ich. Moin, wer ist denn hier? Veto. Veto, sorry, dass ich geliebt habe. Weil wir müssen ja sogar eine Treppe machen, oder? Nein, wir haben noch Wasser. Obwohl, nee, wir machen was. Okay, dann. Aber dann, wenn was hier reingeht, dann stirbt er einfach, wenn irgendwas kommt, was ihn töten kann. Soll ich da reingehen? Nein, nein. Ich würde jetzt den, wo du draufsteht abbauen und dann wieder die nächsten und immer so. Ja, dann bauen wir eine Treppe. Das war auch, ja, ja. Oh, dann darf ich eine rothe Hunde runter. Nein, nein, nein. 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 Nein, nein, nein. Woher trinkt man da nicht? Nein, nein, wir kriegen es schnell hin. Äh, warte, pass auf. Weg, weg, weg. Ich habe noch einen Toten für jemanden. Boah, wenn ich ne. Er kann mir jetzt nicht drei Toten? Ja, ich bin tot. Hast du das? Ah, was kann ich? Oh mein Gott. Hast du es? Komm raus, komm raus, raus. Hab einen tot. Ich wollte das Toten aufsammeln. Nein, warum jetzt? Wir haben fünf Augen im Portal. Nein. Ist das wirklich ein Five-Eye? Ja. Oh mein Gott, dann wären es drei Blöcke und wäre es ja eine Höhle gewesen. Wir hätten direkt den letzten Stronghold gesehen. Das waren wirklich drei Blöcke. Mich ärgert es fast schon mehr, dass das ein Five-Eye ist. Und das ist halt noch so eine Flöcke geworden. Wusstest du, dass sind seltene Dinge noch? Ich habe letztens in seltene Sachen in dem Stil, da habe ich alle 128 Strongholds abgesucht. Aber ich hatte nicht eins. Oh weia, oh weia.